Diese Augen, diese Mähne, diese Muskeln und erst die 16 Tattoos und 6 Piercings an den unglaublichsten Stellen. Franzis Ex-Handballstar Stefan Kretschmer halbnackt beim Fotoshooting für ein Flirtgerät. Damit kann man per Knopfdruck festhalten, wie oft man zum Beispiel Blickkontakt hatte. Aber eigentlich ist das Ding für ihn doch völlig sinnlos. Kretsche ist nach Franzi schon längst wieder in festen Händen. Untertitelung des ZDF, 2020